So meine Damen und Herren, jetzt nach dem Match, Florian Gosch bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Das dürfen wir nicht aufwecken. Ich glaube, der schläft. Tom, schläft der? Ja, da müssen wir leise sein. Schau mal, schlafst du, Florian? Nee, auf jeden Fall. Florian, kurzes Resümee nach dem Spiel. Hervorragend. Wie ist es ausgegangen? Ich fühle mich wie der Sieger. Was genau heißt, du fühlst dich wie der Sieger? Leider knapp verloren. Knapp verloren. Warum? Woran ist es gescheitert? Der Alisson ist doch gut. Ist der gut? Ja, der ist gut. Der ist groß, gell? Der ist groß. Der ist gut. Der springt hoch. Der springt hoch und ist groß. Ja, der ist gut. Na bravo. Tom, wie hast denn du das Match gefunden? Sau kalt war es. Wie viele sind in Rio? Es war saukalt, sehr windig. Sag, spinnt der, Florian? Er kennt's ja nicht aus, das ist ja. Richtig. Wenn ich wie zwar mache, so. Das ist ein Knie. Ich hätte eins fern sollen. Gut, Florian, dann viel Spaß noch und regeneriert dich gut. Auch jetzt. Auch jetzt. Baba. oliczt叔. Har glucose.